Herzlich Willkommen, liebe Profis, zur Produktvorstellung der Heavy Code 750 aus dem Hause Wagner. Das ist ein Gerät der technischen Oberklasse. Es handelt sich hierbei um eine hydraulische Kolbenpumpe, die wahlweise betrieben durch ein Elektro- oder ein Gasmotor betrieben werden kann. Die Pumpe wird im Spraypack fertig geliefert mit der AG14-Pistole, einer Twin-Tip-Düse und dem passenden Schlauch, sodass wir also direkt spritzfertig sind. Das Gerät an sich ist sehr baustellentauglich, hat pneumatische große Reifen, eine ausziehbare Leichsel, ist einfach an sich robust gebaut, um für den Baustelleneinsatz tauglich zu sein. Unter anderem haben wir eine sehr innovative Kühlung hier eingebaut, sodass das Gerät dauerhaft betrieben werden kann, ohne dass Schädigung durch Überhitzung auftritt. Wir haben hier zum einen an der Seite den Druckregelknopf, hier vorne ist das Druckentlastungsventil und ganz vorne an der Pumpe befindet sich noch das Manometer zum Druckablesen. Hier hinten sitzt dann der Hochdruckfilter, der das Material am Materialausgang hin zur Pistole nochmal filtert. Genau, und jetzt würde ich sagen, alle Details sind geklärt. Wir können damit an die Wand gehen und mal Spritzspartel verarbeiten. Also wie ihr seht mit der HC-57 lässt sich ganz einfach in ein, zwei Durchgangen richtig schön dick Spachtelmasse auftragen, sodass ihr also ideal eure Baustelle bewältigen könnt. Die Heavy Code 750 von Wagner, ein Gerät, das euch kompromisslose Leistung bietet und ideal für den Einsatz mit Dispersions- und Fassadenfarben und auch Spritzspachtel ist. Und für die richtig großen Baustellen bieten wir als Zubehör den Großmengenbehälter inklusive Deckel und Container-Connector zum direkten Anschluss an die Heavy Code 750 als weiteres Zubehör an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.